Upias startet das neue Spieleportal. Das neue moderne Design bringt euch mehr Übersichtlichkeit und tolle Community-Features. Über die zentrale Leiste oben am Rand erreicht ihr jetzt schnell alle wichtigen Punkte. Egal ob ihr euch für Aufbau, Strategie oder Action begeistert, auf dem Upias-Portal seid ihr genau richtig. Hier könnt ihr schnell und einfach auf News, Bilder und Videos eurer Lieblingsspiele zugreifen. Die Errungenschaften und Erfolge aus allen euren Spielen werden übersichtlich gesammelt. Jede Errungenschaft bringt euch zusätzlich Punkte, mit denen ihr in der neuen Rangliste aufsteigen könnt. In den Gruppen könnt ihr euch austauschen und neue Freunde kennenlernen. Der News-Bereich hält euch über alle Neuigkeiten von Upias auf dem Laufenden. Im Portal braucht ihr außerdem nur einen Account, um auf alle eure Spiele zugreifen zu können. Also schaut rein zum neuen Portal auf upias.com. Und dann geht's euch über alle Neuigkeiten von Upias-Porten.